WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Zwei Klassen mit hoher Reichweite, also einmal Taurus, also Flomacus, mit dem Speer gegen Hulpiculus als Rethiaria. Wenn beide es schaffen, ihre Reichweite vernünftig auszunehmen bzw. auszunutzen, sterben sie gleichzeitig. Normalerweise. Ja, das ist ein klassischer Gladiator. Und Schwanz war gleich. So, das war ja nicht ganz gut. Okay, da ist der Tor. Fertig. Pugnate. Nee, hier. Genau. Hier ist die Klemme. Gute Anzeichen. Genau. Einer. 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 Soviel übrigens zum Thema mit dem Langwaffen. Wer ein schnelles Auge hat, hat Folgendes gesehen. Am Anfang durch die höhere Aggressivität, eindeutig im Vorteil Taurus gewonnen hat, aber mit den Produkten.